Die Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Osteuropakunde beschäftigt sich mit dem Thema Krieg in Europa, politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Folgen. Wir haben seit 2014 Krieg in Europa. Die Ukraine wird im Donbass auch von Russland angegriffen und die Annexion der Krim war ein Verstoß gegen die Charta von Paris und damit gegen das internationale Völkerrecht. Aber seit dem 24. Februar dieses Jahres erleben wir einen groß angelegten militärischen Überfall Russlands auf die Ukraine und die Sorge, wie wird dieser Krieg ausgehen, wie wird er enden, welche Eskalationsrisiken, welchen Eskalationsrisiken sehen wir uns gegenüber, beschäftigt wohl alle. Deshalb hat der Bundeskanzler von einer Zeitenwende gesprochen und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bezeichnet die Ereignisse als Epochenbruch. Man schaut in die Geschichte zurück, ob man Ähnliches schon mal erlebt hat und kommt auf das Jahr 1914, erinnert sich an den Bestseller von Clark über die Schlafwandler und hat die Sorge, dass man wiederum als Schlafwandler in einen Weltkrieg hineinschlittern könnte. Andere sagen, das ist die falsche Analogie und verweisen auf das Jahr 1938, mit dem die jetzige Situation eher vergleichbar war und warnen, dass Appeasement einen Diktator nur noch hungriger machen könnte. Deshalb ist es wichtig, dass Professor Jan Leonhardt aus Freiburg über die Grenzen der Analogien in dieser Hinsicht sein Eingangsreferat für diese Tagung halten wird. Es geht bei diesem Konflikt nicht um eine Auseinandersetzung Russland gegen den Westen oder der Westen gegen Russland, sondern Russland hat mit seinem Überfall auf die Ukraine die Charta der Vereinten Nationen verletzt, die jedem Staat das Recht auf territoriale Integrität und Souveränität garantiert und der auch in Artikel 2 das Gewaltverbot postuliert. Also Gewalt ist kein legitimes Mittel der Politik, es sei denn der Selbstverteidigung. Wir werden uns beschäftigen auch mit den Folgen, die dieser Krieg hat, etwa auf die Abhängigkeiten, Interdependenzen, die wir eingegangen sind, etwa bei der Abhängigkeit von russischen Energielieferungen. Wir werden sicherlich in der Zukunft vorsichtiger sein, aber ob es richtig ist, jetzt generell auf Abschottung zu setzen, das wird auch auf dieser Tagung diskutiert werden. Vor allen Dingen auch nicht nur mit Blick auf Russland, sondern im Hinterkopf haben wir dabei sicher alle auch die Abhängigkeiten, die wirtschaftlichen Abhängigkeiten von China. Es wird also eine sehr spannende Jahrestagung und wir alle, die wir diesen Krieg ja merken an den gestiegenen Preisen, an den Sorgen um die Energieversorgung, wie wird es im Winter sein, wenn wir vielleicht nicht mehr genügend Gas haben, um sowohl die privaten Haushalte als auch die Industrie mit Gas zu versorgen. Alle diese Fragen werden eine Rolle spielen und ich hoffe, dass es auf unsere Jahrestagung auch die eine oder andere Antwort dazu gibt.